12 Runden, BBO Internationale Meisterschaft im Supermittelgewicht. Seconds out, Ring frei, Runde 1, Round 1! Der Wendepunkt, Arthur Abraham sieht das genauso. Welchen Wendepunkt? Welchen Wendepunkt, Regina? Du spielst darauf an, dass Arthur einfach mehr Aktionen gebracht hat. Er hat dann auch mal nach vorne marschiert. Die ersten Runden waren sehr passiv. Am Anfang war er sehr passiv. Noch mal zusammen an, Rocky, da siehst du es auch. Aber hat er mal getroffen. Ja, da siehst du es sogar. Ja, toll. Hat da eben eine Runde getroffen und hat dann gleich wieder zurückgekommen. Das ist doch Spaß. Da sehen wir es. Ja, hier kommen laute Buchrufe in der Halle. Ja, das kann schon sein, aber das interessiert mich nicht. Das sind nicht alle seine Meinungen. Wo hast du denn die Klarenfelser von Nielsen gesehen? Hat er ja auch gehabt. Das hat aber nicht damit zu tun, dass er denkt. Weil Patrick Nielsen war nicht angeschlagen, wurde er angezählt. Und das war eh eine gute, relativ gute Runde für Arthur. Und somit war das für mich eben eine 10 zu 8 Runde. Und somit sind eben schon mal zwei Punkte wieder auf dem Konto von Arthur. Ja. Die Szene, die wir eben gesehen haben, war aus Runde 8. Da ist Patrick Nielsen in die Seile gegangen. Kurz gestolpert, genau. Da sehen wir es. Und dann in Runde 10 eben auch ein bisschen, um warm zu werden. Das ist ja klar, wenn er jetzt eine Frage, was Arthur vielleicht schick gemacht hat. Wir schauen uns das nochmal an. Aber nichts bringt es klar, dass ich in Not bin hier mit meinen Argumenten. Also wir sehen schon, hier ist auf jeden Fall Redebedarf. Regina, vielleicht kannst du das auch noch ein bisschen einordnen. As we go to the scorecards. Agapito Gomez scored in den Feind. 113 zu 114. Patrick Nielsen. Pavel Cardini scored in den Feind. 116 zu 111. Arthur Abraham. Und Matteo Montella scored in den Feind. 116 zu 111. Ebenfalls für Arthur Abraham. Gewinner durch Split Decision. Und damit der neue internationale WBO Champion. Arthur Abraham. Adam. Anheimsii. Auf geht'sern.